Jo Leute, herzlich willkommen zu meiner... Keine Ahnung wievielten... Letz... Also Kanalvorstellungen, Letzplayervorstellungen Ich weiß gerade gar nicht wie es heißt Naja... Auf jeden Fall Heute ist der... LTS Also LTSkill dran Er... Okay, das ist jetzt ein bisschen funny 67 Videos und 67 Abonnenten Dann gehen wir mal auf seinen Kanal Okay, er hat den richtig Ähm... Designed by Yanni Kwarf Cool Ein Kind, bekloppt wie 10 Ja Ich hätt den also Gut Ja, also was heißt Ich hätt den gut, er hat mir vor einiger Zeit mal Ein... Einer... PN geschickt Ich kann schon wieder... Oh, jetzt fällt mir auch noch das hier runter Oh... Das wird hier mal wieder eine Failaufnahme Naja... Auf jeden Fall Er hat mir vor einiger Zeit eine PM geschickt Ob ich ihn vielleicht... Mal... Vorstellen kann Und... Ja... Da war ich erst ein bisschen unzufrieden mit, aber... Ja... Und... Ja, er macht halt... Matsutorials, wie ich grad sehe Kanalvorstellungen, wie ich Ich... Ich werd ihn vielleicht mal anfragen Ob er... Mal für mich eine... Ob er mal eine Kanalvorstellung für mich macht Weil ich mach ja schließlich eine für ihn Texture Pack Reviews macht er auch Hm... Sollte ich auch mal machen Naja... Und... Let's Show... Oh... Oh... Er macht auch... Let's Show... Mein... Also... Minecraft... Map... Let's Show... Hier... Ich guck... Gucken wir uns mal ein Video von ihnen an... Okay... Achso... Eine Live Map... Ach... Da sieht man die ganzen Skins... Ach... Das ist ja cool... Wusste ich vorher noch gar nicht... Ja... Okay... Auf jeden Fall... LTSkill... Link unten in der Beschreibung... Und... Ja... Tschau Leute...